Ja Leute, hier ist der Werkt, ein neues Video auf diesem Kanal. Ich will ganz viel labern, unter dem letzten Video waren so viele Kommentare. Ich glaub auch, er ist meist geliked, der Kommentar war sogar. Zeigt mal Niki's Settings. Ich weiß gar nicht, wer von wem die Settings sehen will. Oder der hat irgendwie seine Settings gemacht, er weiß nicht mal selber, wie seine Settings sind. Deswegen lasst ein Like, abonniert auch gerne den Kanal. Die Season ist ja, glaub ich, in einer Woche, Bruder. Halt mir dein Maul der Stuhl, was macht ihr so fachst? Eine Woche ist die neue Season, ich bin richtig hype drauf, da werden mies Videos online kommen. Wir sind auf jeden Fall im Pinkenbild nicht so 38, was? Einfach mal runter, ich glaub, das ist nicht mal so wichtig, ihr seht. Hat, glaub ich, jeder gleich wie wir, weil sonst, ihr seid keine Fortnite-Pros, wenn ihr sowas nicht habt wie wir. Kommen wir zum Goldstück des Insgesamten. Sag mal was so. Keine Ahnung. Niki hat automatisch ein Controller aus, auch sofort Bau und auch. Bau-Meister-Pros, du aus? Warte mal, ey, warte, 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 warte. Hat man das so? Ich hab Bau-Meister-Pro an. Ich glaub, du bist fucking dumm, Digga. Schreibt mal in die Kommentare, ist das normal, dass du Bau-Meister-Pro aussehst? Halbzeit für Barbeutung haben wir am tiefsten, äh, halbzeit für Rutschland irgendwie am höchsten, Digga. Er ist ganz komisch, aber ich hab auch genauso eigentlich. Ja, Bruder. Also Bau-Modus hat er nur 1,3 und Bau-Bearbeitungs-Modus ist auch 1,3. Ich zum Beispiel hab 2,0 und 2,2. Das ist Slow-Sense, ne? Du hast einen High-Sense. Ich hab einen High-Sense. Das hat der Ahnen, dann hat er auch horizontal-Umgebungsfähigkeit und vertikale Buller. Was für Begriffe. 2,56, 56, den Rest hat er 0. Widerstand beim Umsehen hat er 0,2, irgendwie einfach weiter runter. Ich glaub, Abwehrzug nicht. Ex-Potentiell. Auf jeden Fall Ex-Potentiell, das ganz, wie ich führen will, wenn wir den Jagd-Spiel, heute sag ich mir beide Ex-Potentiell. Das ist eigentlich so ein Settings. Hier, die haben wir die Tootson. Das müsst ihr halt nach eurem Controller gucken, weil Niki ist jetzt wieder ganz neu, deswegen hat er etwas höher. Hier seht ihr es, er war mit L3, äh, und der Rest ist eigentlich Schmackssache. Kann jeder einstellen, wie er will. Das war Niki's Settings. Ich würde sagen, wir gehen in den Late-Game-Arena-Trio-Runde rein. Ich carry kurz ein bisschen. Ich kann nicht. Nein! Er hat sich gemacht! Ich kann nicht! Harry, mein Boyer! Und er macht es! Leute, lass dich halt hier runter... Was? Alter, du hast das Beste mit Tabo da. Nehm uns, nehm uns. Komm. Schalte. Oh, Mii! Komm, drinnen! Noch nicht! Er ist mit Dotson. Wer ist mit Dotson? Vielleicht kannst du mit Snipen so irgendwo. Snip mal da ein bisschen. 110er! Hier sind die da. Ja, hier sind wir, hier und Mii. Hier oben drin. Ganz Trio und Mii. Ne, Duo. Hab die Wand! 100! 100! Du bist so gut, du hast dich so gut eingeschwert. 150! Abbein! Okay, ich komme! Einer Charge! 120! Der ist gut! Bei mir ist so ein guter. Lass ein 2! Abbein! Nein! Nice, wie war dir? Pulpi! 100! Nice. Ich hab den Geld nicht bekommen. Habt ihr wohl? Er ist unten gedroppt? Das ist ein Solo. Erst bei mir. Er ist weg! In Luft! Achtheit! Lass uns du hoch! Bei 120! Und mit der Box! Hab er das? Oh mein Gott! Bei mir der andere, weil hier sein Teammate? Ich bin der Beste gerade! Habt ihr ein Teammate? Noch einer bei mir? Äh, oh, oh! Boatsheim, Boatsheim! Ich komme! Unter uns sein Teammate, der ist Solo. Schalte! Komm mal kurz! Ist einer unter uns? Nein, er ist hier! Passt, ich passt! Wenn wir die mal... Nice! Hat die wohl? Ah, er ist so kacke! 60 Tricks! Er ist so kacke! Was hat der gemacht? Da oben drauf! Da oben! Crack! Oh mein Gott, das ist selber mich! Hast du ein Jumphead? Du hast ein Jumphead, das ist oben drauf liegen! Was? Wer hat denn gekonnt? Ich hab nur ein Jumphead! Ich komm! Hoppett! Nice, ich komm! Wo ist der Hilfe? Ich komm in da, ich bin da! Ich hab noch einen! Oh mein Gott! Wie weiß, kommt noch einer! 50? Ey, jeder macht Auge auf mich! 100! Ich komm! Wo ist der Hilfe? Was? Er wusste es! Mann! Ich hab die ganze Zeit runtergeschossen! Oh! Oh, du wegkommst! Das ist nur ein Meter! Aua! Ah! Ah! Nein! Wenn er den winnelt, dann kriegt er nicht! Ey, wenn er den winnelt, dann kriegt er 50 AP, ist er nicht schwöre! Oh! Das war ja nicht mal, oder? Thiago, Bro! Thiago! Kannst du in die Geschichte eingehen? Ehrlich, Thiago! Oh nein, ich will es nicht! Aaaaaah! Thiago, Alter! Ich glaub, vorhin ist nicht so wie Rocket League oder so! Der ist so big, der ist so big! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Crack! 100! Und da? Sit! Er hinten raus! Roter Skin! Ferrat Skin! Kuchen drin! 50! Dein teammate! Dead! Dein teammate Solo! Habt ihr ein teammate? Iiiiih! Aaaaaaah! Was, was, was? Hab einen! In der eine Solo und in der andere Solo! Oh mein Gott, das ist die letzte Sekunde gerettet! Oh, 146! Und me! Dead! Stark! Von uns, komm mit, direkt von uns! Minus 30! Ab ihn! Hab einen! Hab noch einen! 100! We peace! Das sind zwei, nicht, das sind zwei! We peace! Sein teammate! 100! Ich bin der Beste! Hättest du sein teammate? Noch einer! Und me! Noch einer! Ja! Wo denn? Über dir? Oh mein Gott! Seine teammate kommt? Seine teammate kommt? Ich bin der Beste grad! Seine teammate kommt! Hoh! 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 Ich muss kurz leben geben, ganz kurz! 10! Ich komm, sehr kurz, ist einer nicht so greedy! Hab ich wohl? Hab ich gepiezt? 135! Hoh! 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 Hinter mir! Hoh! 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 Ich kann nicht helfen, ich kann nicht helfen! 120! Hab ihn! Einzig, nein! Er ist runtergefallen! Was? Hab ihn! Er hat die Wart! 70! 170! Hab ein! Nice! Meine Wart! 50 White! Hab ein! Oh! Hab ein! Oh! Das ist ein teammate! Oh mein Gott! Quoco Kripp! War so gut! Hier ist noch ein teammate! Niki komm! Komm und rein! Hab ihn! Oh, Niki! Ich komm zu dir! Ich muss kurz warten! Oh mein Gott! Wo bist du? Komm! Kripp! Ich bin noch im Weg! Unser teammate ist halt einfach alleine, Beste dran! Bei mir! Und mir auch! Ich komm! Oder 10! Er ist so weit! Er ist so weit! Bei mir! Nett! Was drückt er mir! Was drückt er mir! Er hat minus 100! Er hat auch minus 100! Hä? Hä? Was machst du? Ich dachte, ich habe Bonespad gepaced! Schööischöö! Retomation! Ach, renn! Hörf mich in die Dome! Ich hab sechs Lächleis! Nein, du bist tot! Hertha, hertha! Hertha, hertha! Hertha, hertha! Hertha! Die teammate! Komm, warte! Komm, warte! Bist du drin? Ich glaub, du bist drin, oder? Ja, ich bin drinnen, ich bin drinnen. Boah, Digga, was? Ich hab mir geteased. Oh, was hab ich für T gemacht? Was hab ich für T gemacht? Er wollte nicht mehr als geteased, denn er hat zwei Benjamin gehört. Ja, aber, nein, oder? Bei mir war das irgendwie geteased. Das war nicht geteased. Nein, man könnte doch einfach... Crackt oben hier! Oh mein Gott, ist der White! Komm mit! Komm hier, in das Tilt reingehen. 30, 30, quick! Ich hab mich so geteamed! Das fühlt rein. Wasch, jetzt krieg ich! Er hat mir Spaß! Er ist so kacke und ne, er gibt mir direkt mit dem Spaß, ein One-Pam. Da drin ist er, da drin. Der hat mich geholt. Der hat mich geholt! Zwei verschiedene, zwei verschiedene. Das ist auch ein Jump-Bit, ne? Aber er ist zwischen... Digga, warum nur mich? Es wird schnell, es wird schnell ist. Er kann nicht. Ich hab seine Wand. Hab auch seine Wand. 55? Seine Mades. Er hat minus 80, aber seine Mades sind da. Hab die Wand. 100! 100! 100! Einer so White! Cricked! Roten drin! Abbein! Cricked! Seineinander ab, ziehen wir doch! Weiß ich! Abhin! Alles weiter! Anderes Team schießt auf uns, den so kacke! Digga, ich bin tot an denen! Den so kacke! Er ist ein Solo und der hat sich umschlusset. Er ist da unten drin! Und du! Komm und drin! Dead! Nice! Über uns ist das Team jetzt tot! Meine Mann! 100! Abhin! Sein Team ist hinten! Sein Team ist dort ab! Über uns ist Neustriegel! Reingeslidet! Oh! Ich bin so in seinen DMs reingesleitet! Wir können fast dolles sind! 124! Sit! Die gehen runter! Bei mir! Bei mir sind zwei! Bei mir sind auch zwei! Ich bin tot glaube ich! Abbein! Was? Nice! Ey so viele! So ein lustiger! 7 Team ist bei 9! Ein paar Duos gibt's überhaupt! Wenn du den nutzt in Du ne? Du kannst da rein! Der ist scheiße! Sauf! Sauf! Du kannst da rein! Ich krieg' den mit dem Wally! Nice! Du Splashies! Nimm Splash in Lecker Fight! Was? Nice! Du musst hier finishen! So stark! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Du musst bisschen runter droppen! Pass auf renn einfach! Renn einfach! Und drop runter! Okay! Alles gut! Alles gut! Nicht panik! Ist 1 gegen 1! Du machst das kaum! Ich hör' meinen Mets! Du hast noch 40 Mets! Du hast die Mets! Ja! Schieß' ihn runter! 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 Oh! Der Dreck geht los nur um! Hey! Der ist nicht gut! Geh rein! Ja! Bleib oben! Bleib oben! Das war der Latten, den du am Anfang weggauern hast! Pass auf! Wer kommt hoch? Er kommt direkt unter dir! Lass' ihn hier unten rein! 157 auf den er mit dir schloss! Ich kann nicht schnell nicht! Du steckst mich oben oben! Oh! Du steckst mich oben oben! Oh! Er ist runtergefallen! Die ganzen Berg ist gestorben! Oh! Ich komm! Ich kann nicht bauen! Nicht mehr tot! Ich komm! Ich komm! Ich komm! 100! Steiner dead! 60! Frick! Oh mein Gott! Die Scheiße! Die waren so kacke, ne? Irgendwie! Neueste Team kommt auf! Nein! Die Team haben getroffen! Habt ihr alle alles? Wo? Wo? Oh! Da, der andere! Sein Team hat nicht Spaß! Hab ihn! Bitte noch einer! Mach zu einfach! Mach zu einfach! Oh, kannst du wiederbleben! Bau einen und kannst du wiederbleben! Ja, er hat den Ball bekommen! 126! 3, 2! Ja, okay, okay! Ich schieß nur mich an! Bitte schieß nur mich an! Sein Team hat, Niki! Sein Team hat! Sein Team hat! Sein Team hat! 126! Ah, ist so schlecht, ne? Hier ist auch unsere Wand! Okay, Digga! Ich lieg auch am Boden! Ich lieg auch am Boden! Das halbe Game liegt ja am Boden, Digga! Double rest doch einfach, du Hund! 100! Was?! Immer krieg ich den Wumpum! Es macht nur einen Spaß mehr! A Pink! Jawohl! Unser Teammate! 100! Boah, ich hab nur ne Chance, Bro! Repeased! 167! Ah, das ist ein Gegner! Oh, Bro, ist mir tot! 185! Oh mein Gott! Mann, du bist so gut, Digga, eh! Komm her! Wer bist du denn? War dir einer? Ja, auch nicht! Er ist so gar nichts weg! 36! Weg an mir! Oh! Was?! Ich hab ihn 15 noch gegeben! Ich hab ihn so einfach gedrückt! Hier, hier! Und mich! Komm! Weg da! 185! Der andere low! Hab einen! Über uns! Über uns! Ich baue mich raus! Ich baue irgendwie raus hier! Ich bin safe! Ich bin safe! Komm! Renn weg! Renn weg! Nice! Wupp ich rein! Nice! Double race! Give me time in download! Hier ist auch ne Aura! Hat du her?! Nein! Er rifted! Lass runter direkt! 120! Copy that! Nice! Oh mein Gott! Was gibt der mir noch, Digga? Er hat den Spaß hier links! Hier Niki, komm her! Hier ist ein Dulu! Dips! Was ist ein Gott denn? Bei mir ist ein Solo? Über uns nur noch wer! Doch! Ein Du! Ein Du! Ein Du! Ein Du! Der letzte! Wo ist der letzte? Hab ihn! Oh, unser Team hat heute 0,7 aufgestaut! Wenn es sich mal an, lasst du like, dann würde doch gerne den Kanal, das war Niki-Settings! Wenn ihr auch mal meine Settings sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, wird eh keiner machen! Na, guck mal kurz wie viele Freunde ich hab so, das ist einfacher! 6k oder? Ne, ich hab auch schon fast 5k, deswegen bis zum nächsten Video auf 3 und Peace!